Es gibt noch viel zu beraten zwischen Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner, auch während der heutigen Haushaltsdebatte. Der Krieg in der Ukraine führt zu mehr Ausgaben des Staates. Wie viel, noch unklar. Geplant sind unter anderem langfristige Hilfen für die Ukraine. Unsere Solidarität für unseren europäischen Nachbarn ist auf Dauer angelegt. Und deshalb brauchen wir einen internationalen Marschallplan für die Ukraine. Einen sogenannten Ergänzungshaushalt will der Finanzminister noch vorlegen. Daraus sollen die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bezahlt werden. Es werden Entlastungsmaßnahmen und Stützungen für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft nötig. Wir werden Maßnahmen zum Schutz, zur Unterstützung und zur Integration von Menschen zu finanzieren haben, die aus der Ukraine zu uns flüchten. Weiter geplant 100 Milliarden Sondervermögen für Verteidigung, verankert im Grundgesetz. Eine Zustimmung der Union ist dafür nötig. Die ist allerdings skeptisch. Zu drei großen Bereichen haben Sie heute, Herr Bundesfinanzminister, nichts vorgelegt. Zur Finanzierung der Verteidigung Fehlanzeige. Zur Reduzierung der Energiepreise Fehlanzeige. Die Herausforderung der Flüchtlingssituation Fehlanzeige. Der Linkspartei kommt Ausgaben für Soziales zu kurz. Kindergrundsicherung, Bürgergeld, ausreichende Intensivbetten in den Krankenhäusern, mehr Pflegekräfte, bessere Bildungschancen für unsere Kinder, sind in ferne Zukunft gerückt und das ist fatal. In den kommenden Tagen wird der Bundestag weiter über den Haushalt beraten. Vielen Dank. Vielen Dank.